Besitzen Sie zu Hause auch noch alte und wertvolle Musikschätze aus der Vergangenheit, wie zum Beispiel Audiokassetten, Hörbücher und Tonbänder, die Sie vor dem Verfall schützen wollen? Dann konvertieren Sie schnell und einfach Ihre analogen Medien ins digitale MP3-Format. Mit dem Audio-Digitalisierer GrabStar Audio von DNT retten Sie Ihre wertvollen Tonträger ins Zeitalter der digitalen Medien. In digitaler Form sind Ihre Audioschätze dauerhaft gegen den Verlust und Materialzerfall geschützt. Schließen Sie dafür ganz einfach das mitgelieferte USB-Steckernetzteil sowie Ihr analoges Abspielgerät über zum Beispiel die Cinch-Eingänge Ihres Audio-Digitalisierers an und legen Sie eine SD-Speicherkarte oder einen USB-Speicher bis 32 GB ein. Und schon geht's los. Digitalisieren Sie auf Knopfdruck Ihre Musikschätze ins MP3-Format. Kinderleicht und ohne den Einsatz eines PCs. Der Audio-Digitalisierer speichert nun Ihre Aufnahmen direkt auf der eingesetzten SD-Speicherkarte oder den USB-Speicher. Die gespeicherten Audiodateien können Sie anschließend komfortabel auf Ihren PC übertragen und so dauerhaft sichern oder auf Wunsch auch mit einer kostenlos im Netz erhältlichen Software wie zum Beispiel Audacity bearbeiten. Im automatischen Track-Erkennungsmodus erkennt der GrabStar Audio automatisch das Ende eines Songs und legt einen neuen Track bzw. entsprechend eine neue Datei an. Stellen Sie die Lautstärke der Audioquelle möglichst laut ein, damit das Digitalisieren leiser Musikpassagen dabei nicht versehentlich als Songende erkannt wird. Sie können die automatische Track-Separation wahlweise auch abstellen und eine manuelle Track-Bestimmung am Gerät vornehmen. Dank der Wiedergabefunktion und dem 3,5 mm Line-Ausgang können Sie Ihre auf den externen Speicher archivierten Aufnahmen direkt vom Audio-Digitalisierer abspielen und über einen Kopfhörer wiedergeben. So können Sie den durchgeführten Digitalisierungsprozess direkt am Gerät überprüfen und bewerten. Mit der mitgelieferten Infrarot-Fernbedienung können Sie ebenfalls die Digitalisierung starten und die Wiedergabe der MP3-Dateien komfortabel steuern. Mit dem Audio-Digitalisierer GrabStar Audio von DNT retten Sie Ihre wertvollen Tonträger ins Zeitalter der digitalen Medien. Kinderleichte Bedienung, Digitalisierung in MP3 und automatische Sicherung auf SD-Speicherkarte oder USB-Speicher. Bestellen Sie noch heute.